Also zum Thema Wasser. Einer der Kritikpunkte an Kaffee ist Wasserverschwendung. Wie viel Wasser man verschwendet, um Kaffee anzubauen. Bei MyCenter Beans gibt es dieses Problem nicht. Der Kaffee wird auslässlich mit Regenwasser bewässert. Deswegen ist unser Kaffee besonders nachhaltig. Ab November kannst du unseren Kaffee kaufen. Um mehr zu erfahren, klicke einfach unten auf den Link.